hallo meine freunde heute zeige ich euch wie ein richard spiel das 0,1 like da. Was spiel nicht? Hexer? Hexer oder suche. Spüre es an meine Füßen. Ich seh irgendwo schon so hier. Warte mal. Ich lenke mal ein bisschen Schiff, lalala. Ey Lenny. Mann. Du lenkst sowieso nicht das Schiff. Du lügst. Komm, ey. Wo bist du denn? Mann. Was ist in dieser Kiste? Hä, bist du hier geist? Hä, wo bist du denn da oben? Boah, du bist doch irgendwo oben wo ich siehs. Äh, scheiße. Hä, wo kannst du dich denn verstecken noch? Tim, du hast mich schon fast berührt. Hä, aber ich hab doch hier über ein Hühnchen gemacht. Guck mal, hier ist ein Eimer. Hä? Wo? Hier. War im Eimer drin. Hä? Aber ich hab doch, ich hab doch da ein Dingschen gemacht. Ein Huhn. Nö. Doch. Was bist du von hier? Du bist Holz. Wach, 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 wach. Scheiße, du hast dich verpisst, oder? Bist du so eine Kerze? Schwierig, schwierig, mein Sohn. Da regt das gleich dieses Scheißviewe, wie da meine Fresse fliegt. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich kann mich gar nicht mehr ran. Berge, oder? HAHA! NEIN! Ich dachte du siehst mich da nicht und denkst du, ich wäre halt echt so weiter weg, mann! Ich hätte halt auch ganz weit weg hin irgendwo, aber ich dachte... Du hättest mich aber sofort verpisst. Oh, fuck, ey, nimm mal... Das wusste ich nicht, alter. Bist du die Lampe? Mö, 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 mö. Bist du die Lampe? Dich zu bewegen, wäre dun... Dich zu bewegen, wäre dun... Jaja... Fuck 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 Fuck... Mann, ihr Windows Nation herbekommen. Ich seh dich da hinten. Fick dich Scheissartner... HAHA! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich bin komplett reingemackt. Ja, ich kann ich da nicht kriegen. Ich bin komplett reingemackt irgendwie. Ja, ich wusste, das ist versteckt. Richtiges Ehrenmann, versteckt. Richtiges Ehrenmann, ja. Wichser, ich weiß, dass du da oben bist, aber wo? Warte mal. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe überall geguckt, darum. Ich habe ihn nicht gefunden. Zwei Minuten lang. What the fuck. Zwei Minuten lang. Nein, ich habe in jede Ecke geguckt. Schlicht. Nein, ne? Ich glaube, er hat gehackt, Lenny. Ja, genau. Der hat es unsbar gemacht. Ja. Lenny, komm wieder. Ich brauche dich. Oh, scheiße. Ist das jetzt eine ernsthafte Zeichnung? Ja. Das ist, weißt du, das ist hier so die Hand. Hä? Zigarette. Mann, was macht das? Weißt du, das ist so Kohl in seinem Mund. Kohl in seinem Mund. Das ist so zwischen den Zähnen hängen. Hä, Zigarette hab ich schon geschrieben. Was? Ach so. Zahnstocher. Was? Das ist so zwischen den Zähnen so. Kohlrabi. Keine Ahnung. Muss da so hängen bleiben. Ein Zahnstocher. Ja, Lenny. Zigarette war das. Ich habe nur Kohlen verstanden. Eigentlich, Lenny, müsste es jetzt schon erraten. Hä? Keine Ahnung. Pfote. Pfote. Was ist das für eine Pfote? Das ist so ein Triebfeld von einer... Was? Mann. Ich hab ne Katze dahin gemalt. Oder irgendeinen Hund, oder was? Okay, komm. Wusstest du? Hä? Hä? Was malst du denn? Was ist das denn? Was soll das denn sein? Was ist das? Weihnachtsmann? Ne, geht ja gar nicht. Das ist so gut drin, ne? Was ist das? Mh... Mh... Töt... Wolldem... Was ist das? Wolldemord? Äh... Attentäter? Ich bin verarscht. Was ist das? Was? Was? Äh... Ne. Ne, Lenny. Das kannst du keinem erzählen. Das ist keine Schnumpf. Hä? Und so ein roter Hut. Ne, Rolex ist nicht. Mann plus... Mensch. Mensch plus... Apfel. Ne, Mensch plus Kreis mit einem Dreieck drauf. Ne, das ist... Das ist so ein... Ist das ein Plus? Ja. Hä? Ehemann? Ehemann. Oha. Kamin. Ich da sollt's gar nicht sagen. Hääöööööööööööööğuュöööööh pertrarierte. Spaß. Hab's Kamin. Ach... Ich hab kein Playabytes geschrieben物. Ähh. Ehh. Fatter Sch**** richtig. Nööööööööniforman. Wollen wir mit 4 Augen... Hm... Tai Pick... Hallouirmeinann.. schon mal bis 5 zählen, das finde ich gut. Er kann zaubern, die Hand ist weg. Mhm, Strich. Soll das eine Hand sein? Digga, kein Mensch hat Papiertütenhände. Was? Oder das ist ein Schwimmhäute? Second Hand. Das fehlt ein Stück von... Zombie-Apokalypse. Hä? Ach, einfach nur Hand. Willst du mich verarschen? Junge, so, Junge, du machst... Mann, das Thema ist Hand. Und du malst drei verschiedene Krüppelhände. Anstatt nur eine zu malen, damit ich weiß, was du meinst, ne? Hä? Hast du was gegen behinderte Leute? Hä? Ich sag Krüppel... Ich hab mir Krüppel angesagt. Hoden. Ich kann nicht schreiben. Alter, Hoden. Ich hab mir echt so Hoden mit aufgeplatzen. Mann, das ist so scheiße gemalt. Egal, ich mach hier noch so. Ah, ähm... Nein, keine Schamhaare. Kein Nasenloch. Nein, das ist... Guck mal, ich meine... Nicht das ist ein Loch. Ja, das ist ziemlich... Hä, was ist daran falsch? Ach so, du hast mehr Zahl. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay. Yeah. Ja, sku, sku. Boom, boom, boom. Blauer Himmel, blauer Himmel, blauer... Oh, ich kann nicht schreiben, Mann. Bin behindert. Braunes Ödland. Oh, nur vier Bestanden? Ich dachte, das wäre braunes Ödland. Mann. Ente? Ente. Gasausbruch? Nein, das geht auch nicht. Was ist das? Pelikan? Warte, das ist hier. Zurück... Nee, E.T. nach Hause. E.T. Dings da. Hä? Ist denn das Gans? Digga. Hä? Wie, ich schreibe schon wieder Gans? Ach, Gans wird mit S geschrieben, nicht mit Z. Gans. Guck mal, das ist ein voll süßer 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 Gans. Vielen Dank.